Funktioniert? Ja. Hast du gesehen, du kannst auch über den Remoter hier on-off machen. Die Aufnahme starten und stoppen. Wo? Mach mal gleich, warte. Deswegen hab ich das Ding dann gemacht. Ja. Wo ist die Roberta? Die ist was... Die ist... Keine Ahnung. Die hat grad was zu essen geholt. Okay. Und ja. Schon Mittagessen? Du hast jetzt Pause, oder? Ich bin fertig. Echt? Komplett? Ich bin fertig. Es gibt noch zwei Chancen. Ja, eine... Ja, Roberta muss später noch eine machen. Kriegst du eigentlich immer alles perfekt drauf? Ja, ähm... Weil manchmal denke ich mir, oh. Weil manche Pferde gehen voll weit raus und dann kriegt's nicht ganz drauf. Ich verstehe. Ähm, hat mich auch öfters gesehen. Aber das ist auf jeden Fall tausendmal besser als das, was ich gestern gesehen hab. Ja. Auf jeden Fall. Weißt du, was mir vorhin passiert ist, Mann? Ich hab vergessen den Rack-Clock zu drücken. Echt? Bei was? Weil bis zur Hälfte dann hab ich's gestern. Echt? Ja. Oh, das ist aber nicht gut. Nein. Nicht so schlecht. Warum? Ja, weil wir wieviel Dinger haben. Es gibt so ein paar Punkte, die sind scheiße, ne? Ja. Ja. Da drüben der Platz, der ist, ähm, immer so S-Form, Stängelinchen hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Ja. Das ist eigentlich einfacher, aber es gibt auch wieder drei Punkte. Ich find's hier gibt's zwei Punkte, die scheiße sind deswegen... Das war's. Und da drüben hast du... Kommt ihr nochmal rein oder nicht? Ne, das war's. Schau mal. Okay.